Norddeutscher Rundfunk 2021 Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Oh, eine kleine Raupe. Du sollst nicht nass werden. Bitte sehr. Ah, die Sonne scheint. Super zum draußen spielen. Es regnet ja. Hat's schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling. Der Weg ist frei. Bitte schön. Das ist ja ein seltsamer Regen. Du musst doch mal sehen, wo der herkommt. Florina, du machst hier den Regen? Wieso Regen? Huch, Entschuldigung, Togolino. Hey! Tut mir leid, Monty. Schon gut. Und hepp! Ja! Huch! Hier, bitte sich. Oh, danke. Lustig, so ein Regen-Tag. Und hepp! Ja! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Togolino hat den Ball. Gibt ihn ab. Der Ball kommt zurück. Und er übernimmt wieder. Und Schuss! Der Ball ist immer noch im Spiel. Togolino bereitet den nächsten Schuss vor. Und eins, zwei, los! Ja! Direkt in... Ah! Ins Gewächshaus! Oh, 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 oh! Abi! Ja, er hat den Ball gehalten. Ein Wahnsinns-Spiel! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Ja! Hey! Hm, es ist viel zu windig für unser Kartenhaus. Warte mal, ich hab da was! Monty, das ist ja ein Superkleber! So! Fertig! Hui, der klebt aber richtig gut! Ah! Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir reiten aus! Los, komm Monty! Hüpp! Juhu! Ja, haha! Und los! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Heute werde ich einen riesigen Fisch angeln! Oh, ich hab was! Hey! Eine Taucherflosse! Nicht schlecht! Wow! Ups! Ui, hier ist noch eine! Au! Uh-oh! Helft mich auf was ganz Schwieres! Okay! Hu hu! Tada! Mupidu! Ein riesengroßer Monty-Fisch! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Hihi! Rot ist meine Lieblingsfarbe! Hä? Hm! Blau? Ich hab die Latte doch rot angemalt! So! Jetzt aber! Blau? Hier stimmt doch was nicht! Na warte! Na warte! Hä? Hä? Äh? Hä? Äh? Hä? Äh? Ein Klettergerüst, ganz in meiner Lieblingsfarbe. Haha, Wuppidu!